Heute mal ganz kurz wieder einen weiteren Bestandteil dieses wahnsinnig großen Ferne-Ziele-Projektes bedeutet, nämlich wir wollen die Bücher natürlich nicht nur schön verpacken, wir wollen sie auch mit einer persönlichen Unterschrift versehen. So, voilà, hier sind sie. Ein paar Karten für ein Autogramm. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da wird bald meine Unterschrift drauf zu finden sein. Ein bisschen Werbung muss sein. Wie heißt es so schön? Wer nicht wirbt, der stirbt. Also, wieder ein weiterer Baustein. Fertig. Jetzt fehlen nur noch die Bücher. Die sind in Arbeit. Die gibt es bald. Und dann geht es bald los mit Ferne-Ziele, Geschichten über die Berliner Schule für elektronische Musik. Ich freue mich. Ich freue mich.